Herzlich Willkommen bei Betty Friedl, exklusive Damenmoden in Lohr am Mai. Wie versprochen heute unser Valentins Home Shopping Video. Ich freue mich Ihnen neue leichte Blusen und Tücher zeigen zu können. Wir starten mit der Nattin Haar Bluse in einer leichten Viskose Qualität, hat einen sehr schönen Fall. Und oben am Ausschnitt ist sie mit so leichten, festgenähten Rüschen gearbeitet. Das Gegenstück von Magittes, etwas schlichter, aber trotzdem besonders, auch eine Viskose Qualität, eine lange Form und hat hier den Rüschen Einsatz oben. Sieht super schön zu einer Jeans aus. Passend dazu das Tuch von Cordello in einer Viskose Modal Qualität. Schönes Muster und ist so eine Qualität, die auf keinen Fall rutscht. Ideal zu kombinieren ist diese Raffaello Rossi Hose als Schlupfhose in einer Mikro Qualität. Schmales Bein und für so Blusen ganz toll, weil die ja locker leicht und lässig oben drüber fallen. Geht auch zu kombinieren mit diesem Viskose Shirt von Magittes. Ein frisches Hellblau, mein mit V-Ausschnitt und vorne wieder mit dem eingearbeiteten Passpol. Genau im Farbton passend Schal, Blau, Weiß und etwas Cognac. Ist eine frische Farbe und trotzdem durch das Cognac kann man es immer noch mit einer winterlichen Hose kombinieren. Als farbiges Highlight die Marc Aurel Bluse in Rot, passend zum Valentinstag. Die Farbe der Liebe. Eine leicht fallende Bluse von Natin H. in einer Seite-Acetat-Mischung. Durch das Acetat lässt sich die Seite sehr schön waschen und verliert nicht ihren Glanz. Auch gut gearbeitet unten mit der Stufe. Ein Pulli schon in Leinenqualität mit dem übergeschnittenen Arm und unten durch das Bändchen kann man es leicht kaschieren. Farbiges Highlight, unser schönes Tuch von Cordello. Passend zu allen frischen Farben. Jetzt noch super reduzierte Einzelteile von Bogner. Ein ganz schöner Pullover in Akitmo-Hair-Qualität, bestickt mit den Sternen. Der Raunenmantel in Marine. Ein sehr schöner Farbton, weil er changierend ist und etwas glänzend. Es gibt auch einzelne Strickhandschuhe im Angebot für je 15 Euro. Zum Schluss noch ein Highlight von Bogner. Die schöne Ledertasche in Marine mit dem Schmuckgurt. Und natürlich, wie immer, selbstverständlich einen Gutschein von uns jederzeit hier zum Abholen oder aber auch über meinen Lokalshop zu bestellen. Und den können Sie sich zu Hause selber ausdrucken. Ich bedanke mich, schön war's und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn Ihnen etwas in unserer Home-Shopping-Sendung gefallen hat, dann melden Sie sich einfach. Hoffentlich dürfen wir Sie schon bald wieder in unserer schönen Boutique begrüßen. Ansonsten bis bald hier online. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.